Für die Ehre, wir sind der Tod. Wen soll ich töten? Für die Ehre, wir haben noch ein paar Havoks. Ach du meine Güte, da kommt ja jetzt schon die erste Welle an. Gehäutet? Die sind allerdings nicht mehr halb so wild wie die Mumien. Erstens jetzt ein niedrigeres Level, zweitens können sie sich nicht verpesten. Und los, in die Schlacht! Vorsicht! Ein feiger Angriff! Und sie laufen einfach teilweise an mir vorbei, als ob es nichts wäre. Oh, jetzt fällt ihnen mal auf. Ja, vorwärts! Okay. Für die Ehre! Auf mein Kommando! Und los! Endlich! Wie sehen meine Aria-Vorräte, sehen noch okay aus? Auf meinem Befehl! Mir nach! Zur Ehre Aonius! Und die erste Skill, Nette! Zu den Waffen! Hier! Sofort! Für die Macht noch! Krieger! Mal gucken, was war hier oben nochmal, außer einer Speipflanze, wenn ich richtig weiß. Oh, keine Speipflanze, sondern ein Nest. Für die Ehre und Ehre! Und ein bisschen Len, ja. Na, von hier oben haben wir eine Aussicht auf das da unten. Schnell! Die Schlacht ist nahe! So. Ach, der große Knochenterror da hinten, der die Monumente bewacht. 2.500 Nahrung brauchen wir fürs nächste. Das heißt insgesamt 5.500, also noch 3.500, noch was. Ist sie schon wieder gestorben? Die Rune tut ihr Werk. Ich lebe wieder! Ja. 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 Vorwärts! Folgt mir! Da kommt schon wieder eine Welle. Ja. 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 Das ist erstmal nur nekromanten. Hier. Sofort. Für die Rune. Silbern glitzert der Tod. Ein ehrloser Hinterhalt. Ruhm und Ehre auf mein Kommando und los in Deckung bringen wir es zu Ende Tor wird uns rächen Wir sind der Angriff. Ja, vorwärts. Ja, hier ist alles wieder vorwärts. Die Zweiflung treiben euch. In die Schlacht. Der Tod ist nur der Anfang. Die meinen es ernst. Zu den Waffen. Ihr könnt mich nicht versiegen. Schnell! Schnell! Zum Angreif! Mir nach! Die Schlacht ist nahe. Lasst uns Silbern glitzert der Tod. Die Linien dürfen nicht mehr die Freiheit. Ja, hier gibt es jedenfalls ein Haus. Ein ehrloser Hinterhalt. Gebt euren Befehl. Silbern glitzert der Tod. Die Linien dürfen nicht brechen. Klammbrüder zu mir! Auf mein Zeichen! Schnell! Für die Rune! Lasst uns kämpfen! Silbern glitzert der Tod. Klammbrüder zu mir! Ein feiger Angriff! Auf meinem Befehl! So, eine Heilung für alle. Zu den Waffen! Jawohl! Wo sind die Gegner? Oh ja, das ist ein Gegner. Oh ja, das ist ein Gegner. Die Linien dürfen nicht brechen! Klammbrüder zu mir! Ich bin schon auf halbem Weg! Vorwärts, vorwärts! Auf einmal, vorwärts! Oh ja, ich bin schon auf dem Weg! Der Mann ist ein Jeram! Ich bin schon auf dem Weg! Oh ja, der Herr ist ein loadser geworden! lasst uns immer glitzert der tod sie meinen es ernst die linien dürfen nicht brechen in deckung noch mal ein bisschen zeug für die ehre und die macht nors für die ehre habe ich nicht verloren gebt euren befehl das ist besser so jetzt machen wir noch die sachen weg und dann sind wir schon am fluss da drüben ist auch noch mal aria wenn wir bräuchten nicht zurückweichen lor wird uns reichen ja sofort sofort so bin schon da ihr könnt hier nun ohne schweine richten und dann würde ich sagen speichern wir hier mal und machen einen cut also bis gleich so